Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Und jetzt die Chance. Maxim, der Pass, stark gemacht. Vielleicht noch ein bisschen früh zum Jubeln, aber dieser Vorsprung ist doch schon mal durchaus komfortabel. Also da müsste Wolf schon alles schief gehen, um den Titel noch zu verspielen. Der Elber ist drin. Sauber vom Punkt verwandelt. Dem Druck standgehalten, Elber verwandelt. Das könnte gefährlich werden. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Da kommt der Schuss. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Der Ball geht flach ins Tor. Da konnte der Torhüter nichts machen. Und jetzt die Chance. Das muss das Tor sein. Der Ball geht rein, aber sie sind weiter deutlich hinten. Magdein. Und das Tor. Sie nutzen ihre Überzahl. Ja, die haben ja auch Platz und den können sie eben nutzen. Und jetzt liegen sie noch deutlicher zurück. Und der Torhüter ist daran nicht ganz unschuldig. Er hat heute wirklich nicht seinen besten Tag. Vielleicht könnte... Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Es klingelt schon wieder. Also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Jetzt schießt er. Der Rodde. Da macht er ihn rein. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Und da trifft er schon wieder. Wahnsinn. Bei ihm klappt heute einfach alles. Er schießt. Abgewehrt vom Torwart. Dick. Und jetzt der Schuss. Und so wird das Nix den Heldertor... Gentner. Ein unfassbares Tor. Jo, sie spielen die Überzahl gut aus und belohnen sich mit diesem Treffer. Geduld bewiesen. Und das musst du auch, wenn du zahlenmäßig überlegen bist.